Die Delica AG, Teil der Migro-Industrie, steht für maximale Genusskompetenz, entwickelt und produziert qualitativ hochstehende Genussprodukte. Bei den hohen Qualitätsstandards der Delica ist es unerlässlich, dass technische Alarme in der Produktion einwandfrei und effizient funktionieren. Technische Alarme ermöglichen es, Produktionsmaschinen ohne ständige Anwesenheit von Personal zu überwachen, was nicht nur Zeit spart, sondern auch eine optimale Nutzung der Arbeitskräfte sicherstellt. So müssen Sanitäts- und Brandalarme absolut zuverlässig sein. Die Delica setzt für die Sanitäts- und Brandalarmierung die Lösung der ATT ein. Mein Name ist Urban Sandro, ich bin Leiter Technik in der Delica AG. Das Projekt, das wir gestartet haben, ist aus dem entstanden, dass wir mehrere Alarme selber hatten, mehrere Standorte und mehrere verschiedene Anlagen. Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, mit der ATT zusammen die Systeme zu konsolidieren, harmonisieren und ein System zu nutzen. Die zentralisierte ATT-Alarmierungslösung wird als redundantes und hochverfügbares System an den Standorten Buchs, Meilen und Birsfelden eingesetzt. Also bei uns geht es bei der Alarmierung eigentlich um zwei Schwerpunkte. Das ist einmal die Blauhelmorganisation, dass halt im Notfall die richtigen Leute informiert und alarmiert werden. Und im Produktionsbereich, wenn es natürlich Schwierigkeiten gibt, mit den Produktionsanlagen, die dann eine Meldung oder eine Störung loslösen, dass das natürlich auch zur korrekten Stelle dann halt kommuniziert wird. So wird der Sanitäts-Alarm über eine Nummer für alle drei Standorte über den ATT-Alarm-Server ausgelöst. Die Hauptschwierigkeiten waren verschiedene Standorte, verschiedene Mindsets, verschiedene Systeme, verschiedene Alarmpunkte, Wünsche und Gedanken vom Business. Das unter einen Hut zu bringen, ein System zu kreieren und alles so weit zu harmonisieren, dass es für alle gepasst hat. Auch in speziellen Fällen haben wir Sonderwünsche. Auch in dem Fall wird eingegangen, es wird nach Lösungen gesucht und eine Lösung werden dann auch jetzt, auch in unserem Fall, in diesem Projekt, wo wir da durchgeführt haben, gab es sicherlich einige Sonderwünsche, die sind dann durchgeführt worden und sind auch implementiert. Der Zusammenarbeit mit der ATT ist von mir aus gesehen immer auf eine professionelle Art und auf einem hohen Niveau gewesen, sind auf unsere Wünsche eingegangen, haben unsere Wünsche ernst genommen, haben uns ihr Wissen ermittelt und uns auch unterstützt in den Aufgaben, die wir hatten. Das ist einfach eine super Zusammenarbeit. Also ich schätze sie heute noch als super Zusammenarbeit. Wenn ich einen Wunsch habe, kann ich diese A eingeben, wird angeschaut und dann unter Umständen auch eingesetzt in ein neues Produkt von der ATT. Es gibt nicht viele Firmen, die wirklich ihr Produkt kennen und wirklich kompetent da weiterhelfen und in diesem Fall ist ATT sicherlich eine Firma, die ich da definitiv weit empfinde. Alarmierung für Leben und Technik.